Die Schlacht bei Z. Naim fand am 10. und 11. Juli 1809 in der Nähe des heute tschechischen Z. Noimo statt. Gegner waren österreichische Streitkräfte unter Erzherzog Karl und französische Truppen unter General D. Division Marmont. Die Schlacht endete unentschieden, da man sich im gegenseitigen Einvernehmen entschloss das Feuer einzustellen. Hintergründe Am 7. Juli zog sich nach der Niederlage in der Schlacht bei Vagram die Armee von Erzherzog Karl geordnet nach Meeren zurück. General Marmont erhielt am Abend des 7. Juli von Napoleon den Befehl mit dem von ihm befehligten Xi, Kur den Weg nach Z. Naim an der Taia zu blockieren. Die Schlacht ging 11 Uhr am 10. Juli erreichte Marmont sich mit seinen Truppen an der Spitze der Dalmatinischen Armee bewegend die Gegend um Z. Naim, Obwohl ihm die österreichische Streitmacht zahlenmäßig weit überlegen war, befahl er einen Angriff, um die Ausweichbewegung der Österreicher zum Stehen zu bringen. Mit seinen unterlegenen Truppen gelang ihm das jedoch nicht. Als am Tag darauf die Situation für Marmont kritisch zu werden begann, erschien der Marischal Masse nah mit dem IV, Korps und 30 Kanonen auf dem Schlachtfeld. Die Artillerie vertrieb die Verteidiger an der Brücke über die Taia, über die sich die österreichischen Kolonnen zurückzogen. Um 10 Uhr erschien Napoleon auf dem Schlachtfeld und befahl Marmont mit drei Kolonnen anzugreifen, um Massena auf dem linken Flussufer die Entwicklung in die Schlachtordnung zu erleichtern. Um 14 Uhr stand jedoch fest, dass der Angriff der Kolonnen erfolglos geblieben war. Nachdem Massena einen Teil der österreichischen Armee zurückgedrängt hatte, erreichte er die Vororte von Z. Naim, Dobseis und Suchortli, um die ebenfalls heftig gekämpft wurde. Nach 10 Stunden gelang es Morant eine Verbindung zu Massena herzustellen. Das französische Zentrum war allerdings bis dahin noch nicht weiter vorangekommen. General der Division Guy Ott schrieb in sein Tagebuch, Z. Naim ist eine kleine Stadt in Meeren in einer Gegend von Hügeln und Weinbergen. Die Österreicher sind in der Stadt und sitzen auf den umgebenden Hügeln, wie sie auch in Brünn vorhanden sind. 80.000 Mann sind noch auf dem Schlachtfeld. Gestern hat General Marmont mit 15.000 Mann gegen ihre starken Stellungen angegriffen. Diesen Abend steht unsere gesamte Armee in Linie in guter Ausgangsposition. Morgen wird es wahrscheinlich eine Schlacht geben. Bevor es jedoch dazu kam, ersuchte Erzherzog Karl um einen Waffenstillstand. Napoleon akzeptierte, da er der Meinung war, seine Armee sei zu schwach, um eine offene Feldschlacht zu schlagen. Der Waffenstillstand trat am 12. Juli 1809 in Kraft. Ein wesentlicher Punkt bestand in der Festlegung einer Demarkationslinie von Böhmen bis Fiume. Dadurch wurde der Einflussbereich von Frankreich und Österreich abgegrenzt. Zudem mussten die Österreicher Tirol räumen und die Festungen Graz und Brünn an Frankreich abtreten. Am Tag nach der Schlacht wurde General Marmont zum Marischal de France befördert. Auswirkungen Damit war der Feldzug des Jahres 1809 beendet, nicht jedoch die Fünfte Koalition. Durch den Waffenstillstand waren lediglich die Feindseligkeiten bis zum Friedensschluss unterbrochen. Dieser erfolgte am 14. Oktober 1809 in Wien durch den Vertrag von Schönbrunn. Der Vertrag wirkte sich sehr nachteilig für Österreich aus der das Herzogtum Krain-Kernten, die kroatische Küste mit Rijeka und Istrien mit Triest unter französische Kontrolle kamen, Salzburg kam an Bayern. Weitere Gebiete gingen an das Großherzogtum Warschau. Obwohl Kaiser Franz I. in der Wolkersdorfer Proklamation noch Ende Mai den Tirolern versprochen hatte, ohne Tirol bei Österreich keinen Frieden schließen zu wollen, betrafe der Punkt IV des Waffenstillstandsabkommens die Räumung Tirols und Vorarlbergs von österreichischen Truppen. Der Wiener Hof unterließ es jedoch klare Informationen nach Tirol zu senden, dort wurde daher blutig weitergekämpft. Erzherzog Karl wurde in der Folge von Franz I. als Generalissimus suspendiert. Fußnoten Frau Bad Eier DZ Neimappen Kontexte Meeren von Napoleon Regionale Entwicklungsagentur vom südlichen Meeren 2012 abgerufen am 5. Juli 2015 Aus Kanitz de Kampagne du General Compte Gaiot L.I.B.R. Historik Theissed A.I.S.B.N. 2 912 259 177 A.I.B.R. ritos PDR Mandarin A.I.B.R. int 109 155 177if vs Al consequence gegen in wir unseren gest convenien ёл Vielen Dank.